Wir probieren's, nicht wahr? Jo. So, Freundchen, jetzt schaffe ich dich. Der hat weniger Leben... Oh, aber der lässt aber auch nix irgendwie fallen. Als in den anderen Mega-Man-Teilen. Ich glaube, im ersten war das dann, wo wir so einem scheiß Sprengroboter begegnet sind, der einfach mal unbesiegbar war für mich. Irgendwie. So. Oh, leck mich doch. Gut, wir nehmen ihn so. Okay, und Gemini-Man, Gemini, äh, Kreisel-Attacke. Moment, Kreisel, für den Arsch. Magnet, für den Arsch. Nehmen wir... Snake! Flup! Was ist das? Was ist denn das für ein Scheiß? Oh nein! Ich krieg die Scheiß-Attacken im Spiel am Anfang! Oh no! Ticke, ticke, ticke. Oh, hier, friss meine Schlangen gleich. Ja, lade ich erstmal auf. Oh, und friss meine Schlangen. Ah, 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 ah. Ne, he, he. Es bringt nichts. Es... Oh doch, es bringt was. Gut. Scheiße. Scheiße. Äh, okay. Warum hast du... Da sind zwei? Das fällt mir erst jetzt auf. Und? Nein, nicht noch einmal erwischen lassen. Juhu! Beim ersten Mal! Leute, ich hab meine Energie! Du, 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 du! Geile Schlangen. Sorry. Geil! Okay. Vielleicht klappen die bei mir... Ne, aber ich... Das sieht gut aus. Die Attacke sieht endlich mal gut aus. Oh, yeah. Da, 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 da. Gut. Ich habe zwar, äh... Ich bin jetzt schon wieder angekrampft wegen Mega Man. Gemini Laser! Oh, blau-weiß! Oh, wie süß! Ähm. Ich bin jetzt schon wieder... Bla, bla, bla. Äh, wenig angeschlagen wegen Mega Man, weil dieses Spiel ist echt nicht einfach. Was denn jetzt? Wir haben Gemini... Wofür ist Gemini gut? Gegen Shadow, boah, gegen Spark... Needle... Hard. Killen wir heartmen. Düldlytl, düldlyt, düldl, 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 ich kann die Musik nicht nachmachen, düldl, düldldl. Gut. Oh Gott. Oh nein, es sieht aus wie Gutsman. Oh nein, ich will nicht mehr. Gemini. Ein Laser. Oh, wie geil. Laserattacke. Okay, hier kommt doch irgendwas, ganz bestimmt, was Großes. Was ist das? Nein! Nein, 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 nein. Ich kenne euch, ich kenne euch. Nein, 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 nein. Die Verfolgung, es sind... Mann, ich kann mich nicht umdrehen, was für eine Kacke ist das denn? Und es liegt nicht an meinem Keyboard. Oh nein, noch mehr Wespen. Das ist doch nicht... Alter Megaman, es sind nur Wespen, du Hurenkacke. So, laden wir den mal wieder auf, klick, klick, so. Alter, es sind nur Wespen. Oh, ich halte es im... Und ich kann das Ding auch nicht kaputt schießen. Gut, gut, das war jetzt ja mal gar nicht mal so schlecht. Oh, ey. Ihr wisst, was es ist. Alligatoren. Total logisch. Oh Gott. Gut. Gut. Haben wir geschafft. Und weiter hoch. Ah, du Bola-Mann, genau. Ich weiß nicht, Bola, Eisenkugel, ist mir egal. Ich mache ihn platt. Jetzt. Wip. Ah, ich... Dreck im falschen Moment. In gar keinen. Aber ich habe doch... Nein. Dover Köter. Hierhin. Und warten. Jetzt. Hüpf. Warten, bis er sein Auge aufmacht und dann springen. Jetzt. Hallo, ich habe gedrückt, du... Tenner. Jetzt, genau. So. Nein, lass keine Energie fallen. Warum auch? Illen fallen runter. So, hoch geht's. La, la, la. Wir bleiben ganz locker. Es ist nur ein Spiel. Da, 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 da. Nein, die Affe. Ich hasse Affen. Affen sind so strunzhässliche Tiere. Gut. Weg ist er. Nein. Will ich meinen Magneten? Nein, ich will meinen Magneten nicht. Mann. Das Hörtsnack. Genau. Pff. Bäh, bäh, bäh. Ich hasse Affen. Hier, was macht der? Er springt auf mich rauf. Und springt gleich wieder hoch. Was für ein dummes Tier. Du verfolgst mich nicht. Du dreckst. Mein Gott. Ich hasse Affen und dir wisst warum. Oh Gott. Verdammtes Scheiße. Es ist ein Affe. Mega, man. Es ist ein Affe. Den kannst du einfach in den Kopf treten. Dann ist er tot. Nein. Du musst dich natürlich dem... Oh, Mega, man. Hm. Dieses Spiel ist... Alle. Die ganze Zeit... Oh Gott. Dieser gelbe Teufel aus dem ersten Mega Man für mich. Yellow Devil. Den werde ich auch nie vergessen. Nie in meinem ganzen Leben. Der hat... Oh. Ey. Leute. Lasst diese verfickten Affen aus dem Spiel. Ja. Ja. Immerhin. Oh. Ich hasse Affen. Leute. Echt. Entschuldigung. Also liebe Zuhörer, Zuschauer. Was auch immer. Affen sind strunzhässliche Tiere. Da ist kein... Na gut. Ihr seid... Moment. Den Namen habe ich gesagt bekommen. Äh. Me-Tools. Oder Me-Tools. Me-Tool. Irgendwie heißen die. Me-Tool. Ich nenne sie aber, ich glaube, weiterhin Helmys. Und außerdem haben diese Me-Tools mehrere Namen. Die haben irgendwie noch sechs andere Namen, die ich alle nicht... Oh. Gut. Äh. Ja, hier, oder? Ne. Hm. Gut. Hab mich schnell um... Oh Gott. Scheiß Idee. Gut. Geschafft. Aha. Aha. Gut. Ah. Hä? Was war denn das für ein Geräusch? Bin ich gerade gestorben? Nein. Hä? Ah. Da nochmal. Äh. Me-Tools. Ich bin total fertig gerade. Von dem bisschen, was bisher passiert ist. Lauf weg. Genau. Hoch. Danke. Ich will nicht. Ich will nicht. Und da kommt jetzt auch gleich eine Biene. Da kommt Biene. Nein, da kommt eine Biene. Und ich hab keinen Bock auf Biene. Weil das ist so unfair. Man wird getroffen, egal was man macht. Also ich hab keine Ahnung, wie man dem ausweichen kann. So, weg. Weg. Und hier Biene. Und lass deine... Ja, hier, Poren. Es ist so zum Kotzen. Es ist so zum Ficken. Mein Gott. Und es sind Bienen, Megaman. Es sind nur Bienen. Und natürlich, ja, jetzt kommt er auch noch. Hm, ja, Nick, Nick. Und dem kann ich jetzt natürlich ganz beschissen ausweichen. Ach, ist das ein herrlicher Scheiß, dieses Spiel. Und du drehst dich nicht um, wenn ich es dir sage. Nee, Megaman, warum auch? Es ist natürlich nur eine Steuerung. Okay, Energietank am Arsch. Offenbar kann man über 10 einsammeln. Ich bin es nicht mal fähig, irgendwie mehr als 2 zu haben. Hallo. Oh, du... Ja, weg mit die Bums. Alles kaputt machen. Fang Royale zur Scheiß. Verdammt, Axt. Es wird immer mehr zu einem Agro-Rohren. Oh Gott. Jetzt aber. Ja! So, wir laden Magneten auf, weil vielleicht bringt Magnet was beim Hardman. Oh Gott. Ich bin total kaputt. Hardman, Hardman, Hardman. Okay, wir gehen rein. Ich kann keine Musik nachmachen. Und bitte mach Schaden. Ja, es bringt was. Es bringt was. Und warum bleiben wir auch in der Luft stehen? Das ergibt keinen Frickin' Sense. Und das war auch kein... Aua, es tut so weh, wenn du auf mich raufhüpfst. Hm. Nein. Nur nicht besiegen. Ja, ich habe ihn besiegt. Ich bin so toll. Oh Gott, das ist gut. Oh, was für ein gutes Gefühl. Äh. 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 Okay. Wir haben den nächsten Musik, Leute. Es fehlen nur noch drei. Yeah. Und wir wären rot? Oder was wären wir? Wir bleiben so. Nein, grau. Toll. Hardknuckle. Es klingt wie eine Mädchenattacke. Warum kriegen wir eine Mädchenattacke? Stellt Schillig. Leck mich am Arsch. Oh. Oh Gott. Okay. Ich höre jetzt erstmal hier auf und beruhige mich ein bisschen. Rauch eine Zigarette. Und danach geht's weiter. Funk Royale over and out. Kschschschschschschschschsch.